Faszination Glasfaser. Hocheffizient in jedem Einsatz. Glasfasern verbinden Leichtbaupotenzial und Designfreiheit sowie bestmögliche Kosteneffizienz und bilden damit eine Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Sie offerieren dabei grenzenlose Verarbeitungsmöglichkeiten. Durch hohe Leichtigkeit und größtmögliche Stabilität sinken Materialverbrauch und damit Emissionen. Glasfasern sind somit das potente Material der Zukunft und wir sichern damit kundenorientierte Lösungen. Hier in Oschatz, einer idyllischen Kleinstadt im Herzen Sachsens, werden seit 50 Jahren Glasfasern produziert und innovative Glasfaserprodukte entwickelt. Glasfasern als gebundene Schnittglasmatten. Auf drei verschiedenen Anlagen produziert die PD-Glasseiden GmbH Oschatz das breiteste Produktportfolio im Markt. In Zusammenspiel von Faserfeinheit und Schnittlänge entstehen Matten mit geringerem Gewicht und das unter Beibehaltung der sonstigen spezifischen Eigenschaften sowie einer signifikanten Verbesserung der Oberflächenqualität. Als Rollenware oder Zuschnitte in Breiten bis zu 3,45 Meter bietet Oschatzglas die ideale Matte für jede Anwendung. Feinheiten auf der Basis von 10 und 12 Tex-Fäden bei extrem geringen Flächengewichten sorgen für das aufsehenerregende Leichtgewicht der ultrafeinen PD-Lightstrand-Matten. Multiaxiale Gelege finden in jedem Windflügel, jedem Sportboot und zunehmend in Straßen- und Schienenfahrzeugen Anwendung. Wir garantieren unseren Kunden das höchste Leichtbaupotenzial und erreichen optimale Festigkeiten durch gezielte Faserausrichtung, verschiedenen Lagenaufbauten, die passenden Fasergewichte sowie durch das ablenkungsfreie Vernähen. Mit Textilglaskomplexen können wir durch die fast unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten auch die ausgefallensten Kundenanforderungen erfüllen. Oschatzglas verfügt dazu über den breitesten und flexibelsten Maschinenpark zur Herstellung dieser einzigartigen Produkte. Komplexe werden bei uns bis zu einer Breite von 4,30 Meter und mit Rollengewichten bis zu 3 Tonnen hergestellt. Dabei können die Flächengewichte bis zu 6000 Gramm pro Quadratmeter betragen. Roving-Gewebe sind als Verstärkungsmaterial in der Kunststoffverstärkung heute unverzichtbar. Oschatzglas wird mit der größtmöglichen Produktpalette jedem Kundenanspruch gerecht. Die Gewebekonstruktionen erreichen durch Kombination von Material, Fadendichte und Bindung schier unendliche Varianten. Verarbeitungsverfahren, Matrix-Systeme und Eigenschaften wie Festigkeit, Drapierfähigkeit und optische Güte werden dabei auf die vorgesehenen Bauteile ausgerichtet. Unsere Multi-Fiber-Produkte, egal ob als Faser oder textile Fläche, bringen als Besonderheit die thermoplastische Matrix gleich mit, sodass fertige Kunststoffbauteile durch einen einfachen Heißpress-Vorgang mit kurzer Taktzeit in Großserie gefertigt werden können. Der Kunde erspart sich den Umgang mit Harzen. Gut für die Produktionskosten und gut für die Umwelt. Zur Sicherstellung einer durchgängigen Qualität der Produkte führt das Prüfzentrum umfassende Analysen von Glasfaserrohmaterialien und schlichter Rohstoffen bis hin zur Prüfung von fertigen Kundenbauteilen durch. Die Erkenntnisse aus den verschiedenen Prüfverfahren fließen als stete Weiterentwicklung in die Prozesse und Technologien der PD-Glasseiden GmbH O-Schatz wieder ein. Wir unterstützen zudem unsere Kunden von der Bauteilauslegung bis zur kontinuierlichen Überwachung der finalen Bauteilqualität, um eine durchgängige Sicherheit auch während der Anwendung zu erreichen. Über 1500 Container mit den vielfältig einsetzbaren Glasfaserprodukten verlassen jährlich unter dem Label O-Schatz-Glas das Unternehmen und finden ihren Einsatz weltweit. PD O-Schatz-Glas – führender Hersteller von Glasfasererzeugnissen